Ja, für mich ist das was. Und hier ist der Kuh. Hast du schon ein richtiges Haus? Ich... Nein, ich hab mich auf Wasser... auf eine Idee gesehen. Also ich hab jetzt ein voll... Ich hab schon ein vollkommenes Haus. Ähm, auch mit ähm... Also Kabelstorndach und ähm... Ich weiß gar nicht, welches ich heute genommen hab. Und so ein komisches... Ah, Dias übrigens wieder. Schön. Irgendwo muss ja hier ne Höhle sein. Oh, sogar viele Dias, glaub ich. Ja, 6 Dias seh ich grade. Baust du auch in der Nähe immer alles ab, ob da noch welche sind? Ja. Aber ich glaub... Äh, Jan, hast du nicht zufällig einen hohen Problem bei uns? Ich hab das Portal. Äh, das zeigt dir in die richtige Richtung, denk ich. Okay. Das reicht aus. Außerdem kann Max uns die Korz sagen. Ja. Wo bist du? Ach da. Hinter dir. Ja. Ich hab aus einer Quelle 8 Diamanten. Das ist das höchste, was geht. Außer es kreuzen sich zwei... äh... Diamant... Quellen. Oh, ja. 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 Das sind extreme Berge, da können immer äh... In extremen Bergen ist die... Ja, gut. In extremen Bergen ist die Diamantenrate höher. Um irgendwie 3%. Aber ich wohne doch in extremen Bergen. Also in der anderen Season. Ja, gut. Du brauchst gleich eins mit. Ja, bitte. Pascal wohnt da eigentlich auch so fast mit drin. Dankeschön. Ah, das ist ein Creeper. Wo? Hier unten. Achso. Hä? Bist du in einer... in einer... in einer... Bin auf eine Höhle getroffen. Achso. Okay. Ich hab mal ähm... von irgendeinem LP gesehen. Der hat in der... also er hat nochmal die Hardcore Season gespielt. Aber sein Ziel war nicht irgendjemanden zu killen. Er hat ganz normal in Minecraft gespielt. Bloß wenn er einmal stimmt, ist er immer tot. Okay. Also das war... Na, aber es würde ein... Es würde sehr schlimm sein, wenn du da drauf gehst. Komm. Ich komm wieder runter. Und jetzt einfach reinspringen. Ich traue ans Beton nie. Habt ihr was dagegen, wenn ich gleich ähm... 3 Dias nehme, um mir eine neue ähm... Spitzhacke mit 30 zu verzaubern? Mach ruhig. Äh, da liegt noch eine in der Kiste. Mit 30? Achso, ich weiß, was du meinst. Ne, normale... äh... Die kannst du erstmal nehmen. Weil, ich glaub... Ne, obwohl... ähm... Ihr könnt gerne die Dias verwenden, für was ihr wollt. Ich werde keine Diamantsachen mehr machen. Nein? Nö. Ich hab ne andere Taktik jetzt. Oh oh. Das ist nicht oh oh. Das ist sogar... ähm... Ich werd mir ein... Ein... Ein Diamant... Äh... Ein... Ein... Ein Eisenbrust... Ein... Ein Silberfullstein. Pass auf. Wo? Welcher? Der da. Du wirst ja einen Diamant-Harnisch machen. Nein, ich werd mir einen... ähm... Ein... Ich kann nicht mehr reden, warum. Ich... Diamant-Rust und Diamantshwert. Nein, ich werd mir... Ich werd mir ein Eisenbrust-Harnisch machen. Der so gut ist, wie ein... Wie ein... Diamant-Harnisch mit Protection 3. So. Und da ist es sehr schwer, also du musst ganz oft L30 machen, damit du überhaupt mal Protection kriegst, auf Diamantanisch und so, insofern ist es für mich produktiver, wenn ich das mit Eisen mache, weil wir davon sehr viel haben. Ja, ich muss schon wieder ein Stack-Bite im Elementar. Ja, aber ich meine, komm, wenn ich jetzt zum Beispiel Glück kriegen würde, wie schnell hätten wir denn Dias? Ja, komm, aber wie viele? Hol erst mal so viel. Ich werde es jetzt so machen und wenn wir dann so viel haben, können wir gerne noch mal drüber reden, aber ich werde es jetzt erst mal so machen. Okay? Okay. Das ist ja dein Ding. Tue ich als Erster drauf, wenn es nichts bringt. Wenn es nichts bringt. Die Höhle ist Ende, glaube ich. Irgendwie bei uns in den Striptein-Gängen ist doch voll viel Redstone. Warum baut es die nicht einfach nicht ab? Äh, ja. Was hast du gesagt? Warum nimmt niemand von euch das Redstone mit in den Gang? Ich hab's immer mitgenommen. Ich hab noch keine Hacke hatte dafür. Das war dann wer anders. Sascha, der Rohrner. Ach hier, hier waren wir, als Sascha noch dabei war. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Auf der Insel waren wir tatsächlich schon mal. Aha, alte Zeiten. Nein, Spaß. Nichts. Ähm, wo sind hier noch... Ja, wir gehen einfach auf die nächste Insel. Danach bin ich dann auch wieder in einer neuen Aufnahme. Ja, auch. Gleich. Ja, Marc auf der Insel muss aufgenommen werden, weil es kommt morgen noch... Also heute kam raus. Ähm, oder? Heute kommt noch raus. Morgen kommt raus. Und, ähm, übermorgen würde dann nichts mehr kommen. Und ich nehm immer ein bisschen im Voraus auf jetzt. Schwimmen wir jetzt einfach zu irgendeiner Insel? Oder was sollen wir machen? Weiß ich nicht. Wollen wir jetzt wirklich einfach so schwimmen gerade? So wie viel Bock haben? Würde ich schon sagen. Weil wir müssen jetzt irgendeine neue Insel finden mit Höhlen. Wisst ihr, wie das, ähm, gestern Spaß gemacht hat, Anno aufzunehmen? Und wie das... Ich bin voll abgegangen bei diesem Spiel. Obwohl ich, ähm, fast... Ich war zwischendurch sehr oft auf... Nee, Spoiler nicht. Die Folge kommt, glaube ich, früher raus. Sicher? Ja, muss... Man muss aufpassen, wenn man in den Let's Plays nicht spoilert. Ja. Pascal, wo bist du da? Warte mal kurz. Ich muss kurz was nachschauen. München, bleib weg von meinem Boot. Du auch. Ist da unten ne Schlucht oder sowas? Hast du die Fackeln weggemacht, Jan? Nein, hat er nicht. Da ist ein Minenschacht. Hier ist ein Minenschacht. Glaub mir, da schwimme ich. Das ist freiwillig immer runter. Oh Gott, ich hab's grad so geschafft, ohne Schaden zu bekommen. Ja, siehste. Da unten, da fängt ein Minenschacht an. Was für ein Scheiß, Alter. Effizienz viel. Wollen wir da runter gehen? Oder... Wollt ihr jetzt echt tauchen gehen? Das ist die Frage. Ey, ich hab ja einen Wassereimer dabei. So kann ich mir immer wieder Luft machen. Kein Problem. Ehrlich? Ja. Der Wassereimer Lufttrick, der ist ja noch nicht gepatcht. Insofern. So kriegt man immer neue Luft. Ja, wir müssen aber ein. Jan, kennst du irgendeinen Netzwerker, der vielleicht ne... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nein! Scheiße, Mann, ich hab ein Herz. Bin ganz, ganz kurz weg. Jetzt war ohne Spaß, ja. Hallo, da war kein Wasser mehr. Oh, ich hasse es. Egal, ich mach trotzdem weiter. Scheiß drauf. Lass mich einfach vorgehen, ja? Ja, bitte. Das war jetzt schlecht von mir. So. Boah, vielleicht finden wir hier irgendwo... Bleibt er weg, bleibt er weg. Alter, hier ist so ein Spinsporner. So hätten wir hier... Wir werden erstmal gleich schön in die Fresse gesprungen. Wär's nicht vielleicht doch besser, wenn wir die bei Stripe eingehen. Ja, wär nur gut. Wollen wir uns einfach schon da rausboden? Ja, komm, das ist nah an der Oberfläche. Ja, okay, ich mach. Äh, ich mach Richtung Berg. Ja. Wir nehmen anderen Weg. Ich hab vergisst, dass du Spinnen machen. Wie sch... Wie sch... Egal, irgendwo hin. Wie schlecht bin ich bitte? Ich könnte mich so aufregen. Erstmal kurz ein bisschen weg von den Spinnenleinen. Boah, Alter, wie du auf einmal so gerufen hast, ey. Das ganze Wocheende ruft niemand an. Jetzt kommen die darauf mal anzurufen, oder was? Und Jan, du hast nur ein Herz? Hm... Da... Der... Äh, ähm... Der Wassertrick funktioniert nur, wenn da ein vollständiger Wasserblock ist. Aber da war so fließendes Wasser, deswegen hat der nicht funktioniert. Äh... Wollen wir jetzt vielleicht an der Oberfläche... Wasser? Na ja, dann kommst du wieder, würde ich sagen. Ja, äh... Ich schwimm hoch oder darf man was dahin lassen? Ich schwimm hoch. Aber gehst du nur fahren, sagst du? Das... Das... Äh... Ich hoffe, das schaffe ich. Wenn nicht, dann... Nee, wir kommen da erstmal gar nicht raus. Warte, komm. Dann musst du auch... Der Dreckblock weg. Ich starte schon mal vorwärts, okay? Ja. Nimmst du denn auch, ja? Ich sterbe nicht. Oh, ich starte trotzdem schon mal vorwärts. Ach, wie du denkst, Max? Nee, ist zu schaffen, ist zu schaffen. Du musst es mir jetzt... Drei Blasen schaffen. Haben wir... Haben wir denn überhaupt schon Melonensamen? Ja. Haben wir die schon angepflanzt? Nein. Soll ich machen? Ja, natürlich. Wollen wir jetzt den Berg verstecken? Ist Nacht? Ja. Ah ja, stimmt, ich sehe es an den Sternen. Doch, ich kann doch erkennen, ob Nacht ist an den Sternen. So, hier sind wir auch in meiner Sicht. Ist das nicht toll? Ja, und jetzt beende ich die Aufnahme wieder. Ich wollte nur gucken, ob alles läuft und ja. Okay, läuft alles. Denkst du jetzt ernsthaft, dass ich jetzt draufgehe, Max? Ja. So, Jan. Zeig mal bitte kurz, zeig mal bitte kurz, ich will mir kurz die Aufnahme an. Ich grab mich jetzt runter. Okay, läuft alles. Ja, noch ein Herz ist nicht gerade viel. Das hatte Max vorhin auch. Ja, aber ich werde auch nichts gemacht, denn. Was willst du denn ausbauen? Du kannst die Farben ausbauen. Ich gehe Strip mine. Und drauf. Ich gehe jetzt auch wieder Strip mine. Ja, wir werden jetzt auch noch eine Runde Strip mine. Und deine Mom geht es Strip mine. Ja, weißt du das? Sag doch bitte Bescheid, wenn wir ja Tag sind. Weil ich ihr Zuhälter bin. Jan, ähm. Wie war das mit, du hast fast nie Schaden bekommen? Ja, früher. Was habe ich zu dir gesagt? Dadurch, dass ich jetzt einmal gestorben bin, bin ich total verunsichert. Dadurch kommt sowas. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Einfach mal Schnauze halten, Max. Jetzt wird der Matze aggressiv. Ja, ich bin der Einzige, der bisher einen richtigen Plan hatte, was wir machen sollen. Ich habe euch immer angefühlt und habe gesagt, was wir machen sollen. Ja, da recht. Warum? Meine Taktik wäre einfach die ganze Zeit Strip mine und dann... Nö, 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 Matze, das kannst du mir jetzt nicht sagen. Du hast gesagt, wir bauen ein Haus, wir machen dies, wir machen das, wir gehen in den Höhlen. Du meintest, wir können nicht die ganze Zeit Strip mine, das ist ja scheiße für die Zuschauer, wenn wir das machen. Ich meine meine Taktik, die sehr effizient wäre. Die ganze Zeit Strip mine gehen, damit voll Rosi zum Enderdrachen gehen und die fertig machen. Das sagst du jetzt, aber das hast du nicht am Anfang gesagt. Und ich muss dich erst überzeugen, Max. Ich würde nebenbei ein Haus bauen, würde ich jetzt auch noch machen. Ja, aber trotzdem meintest du, wir sollen in Höhlen gehen, weil Strip mine ist so langweilig für die Zuschauer. Das hast du gesagt und wir können nicht die ganze Zeit nur unter der Erde verbringen. Das waren deine Worte, das kann Pascal auch bezeugen. Na ja, ich habe es nur, das würde jetzt sein, meine Taktik war halt, wenn ich es privat zocken würde, also wenn ich es einfach nur schnell machen würde. Eine gute, effiziente Taktik. Verstehe ich? Ich stoße mich immer wieder auf Creeper, kann doch nicht wahr sein. Ich stoße die ganze Zeit auf den Minenschacht. Ja, den und bei euch ja. Naja, okay, ich stoße mich auf Minenschacht, ich stoße halt auch noch so eine hässliche Creeper, die mich töten wollen. Oh, ich bin bei der Enderfestung. Ah, hier unten ist er gestorben. Du Jaffo, du erschreckt mich erst mal. Ich bin jetzt da, wo du gestorben bist. Hä, wie bin ich dich nicht hergekommen? Oh Gott. Jetzt überall die Festung. Ihr seid bei der Festung, ich bin ja auch gerade... Äh, Minenschacht. Sorry. Ja, hier unten ist auch irgendwas, aber es ist ausgeleuchtet, ich habe keine Ahnung. Lava. Ich werde ihn wieder nach Höhlen erkunden, weil bei uns sieht es ja eigentlich noch relativ gut aus. Noch. Ich würde ihm bloß keinen Aufhung und gut strippen, wenn ich kann, hier unten ist er erkunden. Wo seid ihr denn gerade? Auf der Hände, wo wir mit Sascha waren. Ähm, ja. Aber wenn ihr da seid, dann komme ich jetzt vorbei. Okay. Nein, es sagt mir gar nichts, wo ihr gerade seid. Hier ist sogar noch erkundet. Von Jo's könnten wir anfangen zu strippen ein. Also wo seid ihr jetzt? Auf irgendeiner Insel, wo wir mit Sascha waren. Es sagt mir gar nichts. Koordinaten will ich wissen. Ich bin bei minus 1349. Ja. Plus 223. Höhe? 19. Ja. Ich kann mir die Koordinaten nochmal sagen. Jetzt stehe ich woanders. Dann sag mir die Koordinaten, wo du jetzt stehst. Minus 1354. Warte kurz. Ähm, 1357. Plus 226. Höhe 17. Plus 226. Ja. Und Höhe 17. Du hast ein Minus vorgemacht, ja? Bei der ersten. Ja. Gut. Dann musst du direkt hier unten im Untergrund ankommen. Und okay. Wo ist der Waypoint? Da lang. Was denn nur 7 Uhr hat noch was Blöcke? Soll ich durch die Nacht jetzt rennen, oder? Würde ich dir nicht raten. Könnte ich schaffen, wenn ich mir genug Essen mitnehme.